... Ja. die war die 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 nicht nur mein Bruder aus. Das Spiel auch hat er zukommen. Ihr könnt mit einem Browser losspielen. Ihr könnt den Weitungsstier mit einem Schöpfen und gehen schön mit dem Ernest. Ihr könnt auch mit dem Kampf um die besten Rohstoffe. Ihr könnt auch die anderen Menschen die Bruder und die Bruder auch zusammen mit. Die Bruder und die Bruder und die Bruder auch zusammen mit. Und dann geht es ja auch mit einem Schöpfen und geht es ja auch mit einem Schöpfen und drüben sich in den Bruder ein und macht immer weiter. Jeder ist ein dabei. Die Gedanken sind frei. Tomini hält zusammen mit deinem Mund. Ein teurer Test. Ein Räuchter. Wunderbar. Das Rauschen der Bäume. Der Wind, der Wind, das händische Kett. Das ist ein Geräusch. Stille. Versteck mich wie mit meinem Bruder. Spazier mich. Wie Menschen. Einheit. Kindheit. Energie. Ergänglichkeit. Sie sind auch getroffen. Und was soll ich.